Basic Bei dieser Technik wird Color ID partiell eingesetzt, um Farbeffekte zu schaffen. Die beiden Rechtecke werden im Vorfeld aufgehellt, um eine helle und klare Ausgangsbasis zu schaffen. Nach Erreichen der gewünschten Helligkeit die Haare schamponieren und mit Blondor Seal & Care neutralisieren. Auf der großen Seite wird unterhalb des Scheitels ein Rechteck abgeteilt. Die gegenüberliegende Seite wird durch ein schmales, langgezogenes Rechteck betont. Da die Farbeffekte nur in den beiden Rechtecken am Oberkopf erarbeitet werden, wird die Basisfarbe Braun Mahagoni ohne Color ID aufgetragen. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. In den Rechtecken werden nun schmale horizontale Slices mit petrol, violett und pink im Wechsel erarbeitet. Nach der Einwirkzeit die Haare schamponieren und mit Vela Professionals Care Farbnachbehandlung neutralisieren. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.